Für einige ist es nur ein Gabelstapler, für Crown ist es eine Chance. Eine Chance zur Innovation, die den Arbeitsalltag leichter macht und die Supply Chain produktiver. Wir erforschen intensiv das Verhältnis zwischen Mensch und Stapler. Warum ist der menschliche Faktor so wichtig? Weil er bis zu 70% der Betriebskosten eines Staplers ausmacht. Die Personalkosten für die mehr als eine Million Staplerfahrer in Europa betragen jährlich über 17 Milliarden Euro. Über die Nutzungsdauer eines Staplers sind das mehr als 193 Milliarden Euro. Die Gesamtkosten weltweit lassen sich nur erahnen, aber eines ist sicher. Der Posten ist so riesig, dass man ihn durchaus einmal durchleuchten sollte. Das tun wir, indem wir genau hinsehen und uns bei allem fragen, was haben wir gelernt und was können wir verbessern? Denn ein neues Design soll nicht nur das Aussehen des Geräts verändern, es soll Menschen ihre Arbeit erleichtern. Deshalb zählen wir zu den 30 Unternehmen mit der größten Designkompetenz in Amerika. Deshalb werden wir immer wieder mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet und deshalb bestätigen uns Entscheider, dass immer mehr Fahrer Crown bevorzugen. Was also erreichen wir durch innovatives Design? Eine dynamische Definition von Produktivität in der Supply Chain. Die Umsetzung großer Ideen auf kleinstem Raum. Die Gestaltung eines Umfelds, in dem Menschen höher, schneller und sicherer arbeiten denn je. Die Einsicht, dass nur besser arbeitet, wer besser sieht. Eine neue Dimension in der Staplerführung. Eine Automatisierung im Handumdrehen. Die Entwicklung neuer IT-Lösungen wie Crown Insight, mit denen sich Arbeitskräfte besser einteilen lassen. Damit sie schon heute effizient und morgen noch effizienter arbeiten können. Crown setzt konsequent auf intelligentes und umweltfreundliches Design, um Potenziale zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. Wir entwerfen nicht nur die Stapler von heute, wir entwerfen die Technologie von morgen. Woran wir heute schon arbeiten, sehen Sie unter crown.com